Hallihallo Hallöchen. Tachy Tach Tach! Herzlich Willkommen zu Let's Stream Minecraft! Das Blöde ist natürlich nur die Verzögerung, dass jeder jeden später hat. Halli, hallo Löchen, herzlich willkommen, tachy, tach, tach zu Minecraft, biep, biep. Wir sind wieder da, lange nicht gestreamt, aber heute hier, unsere Fünf-Mann-Armee stützt sich wieder in das Minecraft-Leben. Hallöchen Paul, grüß dich. Hallo. Hallöchen Shea, grüß dich. Tachy, tach, tach. Hallöchen, blazy, grüß dich. Grüß dich. Und moin, biep, biep, alias SPVGG, Manu, moin. Moin, moin. Wie geht's euch, Leute? Ganz gut und selbst. Alles cool, würdest du jetzt sagen, aber ich sag alles gut. Ich bin natürlich nicht dein Spruch-Clown. So, ja, wir sind wieder da, wir wollen heute mal ein bisschen Minecraft-Action machen. Und, äh, ja, der Spargel, der wäre leider mit, äh, leider, was sag ich hier? Der Spargel wäre gerne mit dabei gewesen, aber leider geht's dir nicht so gut. Deswegen an dieser Stelle Spargel, gute Besserung. Und vielleicht bist du das nächste Mal wieder mit dabei. Vielleicht schaut er nachher noch mit dem Chat rein. Mal gucken. So, was haben wir denn heute alles so vor? J.R., was möchtest du heute bauen? Äh, Bäume. Bäume. Es ist eine blöde Frage, wenn ich bauen will. Ich werde einfach mal meinen Garten verschönern und eventuell Hauseinrichtungen einführen. Alles klärchen. Paul, was hast du heute vor? Ich werde meinen alten, beziehungsweise, äh, meinen alten sogenannten Bahnhof einfach mal abreißen und einfach mal jetzt mal gucken, dass ich Dorfbewohner, äh, Dorfbewohner ins Dorf reinbekommen werde. Alles klärchen. Blazy? Ja, ich versuche an der Fabrik weiterzubauen. Genau, da helfe ich dir auf jeden Fall mit bei. Da müssen wir noch die Zuckerrohrmaschine bauen. Und wo ist Bibi, da ist Bibi, Manu, was hast du denn vor? Ich baue einen Wall. Einen Wall. Okay, alles klar. Können wir gespannt sein. Bahnhof abreißen, Garten, machst du eher Dings hier, Bums da, äh, Fabrik und einen Wall. Okay, alles klar. Blazy, würde ich sagen, ich räume jetzt mal meine Meta auf und dann können wir mal die Sachen zusammenkramen, die wir jetzt brauchen. Juh. Äh, Setzlinge, erst mal weg. JR, tachy, tach, tach, grüß dich, herzlich willkommen, Stream JR. Danke. Bitte. Everybody dance now. Gute Laune. Gute Laune. Gefällt dir der Bahnhof da nicht, Paule? Ach nein, das ist für ein A. Für ein A. Und jetzt willst du, willst du da einen neuen bauen noch irgendwann, oder? Erstmal gar nicht. Vielleicht, vielleicht irgendwann mal, aber erst mal. Erstmal Stau zu voll. Ja, wir sind alle erwachsene Menschen, wir können ruhig solche Kraftausdrücke benutzen. Bravo, bist du da zurzeit? Wo ich bin? Ja. Ich bin gerade an meinem Haus. Eimer kann ja mitnehmen, wa? Na zwei mit. Möchtest du was von mir? Möchte dir Äpfel geben. Äpfel? Ich brauche keine Äpfel. Ja, okay. Was brauchst du? Peter. Glaub mir. So, 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 so. Dankeschön. Was brauchen wir denn alles, Blaze? Ich sag mal an. Also ich habe mal Zuckerrohr dabei. Ich habe Redstone dabei. Ich habe zwei Eimer. Wir brauchen ein paar Kolben. Ich habe zwei Eimer dabei. Ah, okay, gut. Kann ich die auch wieder räumen? Ich habe Sand dabei. Mhm. Dann brauchen wir ein paar Kolben, oder wie willst du es machen? Ich weiß auch nicht. Du hast ja schon mal so eine Maschine gebaut. Ich glaube, du kennst sie am besten aus. Brauchen wir Redstone oder Repeater oder irgendwas? Comparator? Nö, sowas brauchen wir nicht. Aber Trichter, ne? Ja, genau. Trichter. Trichter. Vier Stück reichen? Nee, ne? Reicht nicht, ne? Ach, doch. Okay, mal. Okay. Ach, ich weiß nicht. Kolben, 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 Kolben. Da brauche ich. Balko 1111. Moin, Moin an alle. Hallo, Balko. Grüß dich. Herzlich willkommen im Stream. Wie geht es dir? So. Kolben brauchen wir Holz, glaube ich. Es sei, glaube ich, egal, welche Holzsorte, oder? Hoffe ich doch mal. Ich nehme noch drei Repeater mit. Cobblestone brauchen wir dafür. Und Redstone, glaube ich. Mehr brauchen wir, glaube ich, für Kolben nicht, oder? Eisen brauchen wir auch noch. Habe ich aber schon im Momentar. Sehr gut. Wie viele Kolben brauchen wir denn? Ja, wie groß willst du es denn machen? Ich weiß nicht. Soll ja schon ein bisschen Ertrag bringen, ne? Ich habe jetzt mal 16 Kolben gebaut. Ich denke mal, das dürfte reichen. Ja. Jo. Trichter. Ich hatte gefragt, was du für ein Hölz hattest. Was du für ein Hölz genommen hattest. Kiste brauche ich dafür. Birke und Eiche. Dem Balko geht's super. Sehr schön. Füllst erstmal Ball. Ja, ich werde das... Das ist das Lagerhaus. So. Trichter. Da. Ich lasse mir trotzdem irgendwas ein, wenn ich hier unten mit dem Loch mache. Schwimmbad. Yeah. So, 10 Trichter, 16 Kolben. Ja, ich habe 14 Repeater. Sehr gut. Ich bin auch nicht 16. Redstone ein bisschen dabei. Redstone Fackeln. Kann man ein bisschen tiefer vielleicht. Du, 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 du. Ich renne schon mal in die Fabrik. Habe ich eine Spitzhacke? Boah, hier auch. Gefällt euch denn das Mühlenrad? Ja, das gefällt mir. Sehr schön. Schön vom Bläse geklaut. Ach, ich habe es doch auch irgendwo geklaut. Ach. Ist alles nur geklaut. Ejo, Ejo. Du bist ja lustig umgelagert. Naja, aber es sieht ja ganz geil aus. Ich habe zwar, wie gesagt, gern Schrieg gehabt, aber... Schrieg sieht es halt immer nicht so geil aus in Minecraft. Das ist nicht so gut möglich. Hätten wir eine Vierermitte. Hätten wir eine Vierermitte denn vielleicht, ja. So. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich wollte ja auch so ein Dings... Ach, wie nennt man das? Mühlenrad? Ein Vogelschreck. Oder wie nennt man das auf der Weide? Vogelscheuche. Vogelscheuche. Vogelscheuche, genau. Ich wollte eine Vogelscheuche bauen auf meiner Farm. Aber weil die ja acht breit ist, ist auch so ein blöder Doppelmittel. Ja, wir haben leider noch keine Dings, noch keine Dingsstöcke bei uns. Ja, aber so mit Bibiskopfen zogen wir schon. Ja, sicher. Kann ich mal Luma wieder umwandeln hier? Ja, hier ist es bloß. Ja, hier ist es bloß. Und das gröde funktioniert. Hm. Wer blöd, wenn das bald nicht funktioniert. So. Das ist mal laut hier, meine. Wenn die Maschinen hier so in Betrieb gehen. Die Kürbe sind auch schon schön voll hier, die Kiste. Wir werden das alles nie nutzen, aber egal, man hat es nur einfach mal. Ja. Wir können das eigentlich so lange bauen, so lange wie die Wand auch ist, oder? Wir können das ja auch noch weiter nach hinten hier ziehen. Die Wand. Ja, ich würde sagen, weiter nach hinten und dann so doppelt oder dreifach. Ja. Lass mal schlafen. Schon wieder Nacht. Ja. Alter, und glaube ich, geht es wieder schnell, ne? Jetzt geht es wieder schnell, genau vom Streamer haben wir gewartet, dass Nacht wird, damit wir noch mal schlafen können. Da wurde natürlich keine Nacht. Und jetzt hast du einen Dauernd wieder Nacht, wenn es losgeht. So. Brauche ich mal weiter hier. Die Wand ab. Muss ich noch mal Cleanstone holen, damit wir den Boden und die Decke und alles wieder machen können, ja. Habe ich nicht dabei. Ich hole mal Cleanstone, wa? Ich kann ja mal, äh, Kiste habe ich sogar noch. Ich kann ja mal Kisten ausstellen und schon mal das Material hier so ein bisschen reinräumen, was ich hier schon habe. Ach. Dave! Jolol 15, Hallöchen, grüß dich, herzlich willkommen. Schön, dass du rein schaust, wie geht's? So, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das vielleicht, äh, hier, Holz ist immer gut. Äh, der Mojo, grüß dich, schönen guten Abend, wünscht der Mojo, schönen guten Abend auch an dich, herzlich willkommen. Hi Mojo. Schön, dass du da bist. Wie geht's euch, Frachter? Mir geht's gut. Wie geht's euch? Alles super. Alles cool. Alles cool. Everybody dance now. Den, 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 den. Nee, jawohl. Hab ich halt was verpasst, du spielst du gerade Rocket League. Nee, nee, wir haben einfach gute Laune. Warum nur bei Rocket League, warum nicht auch in Minecraft? Richtig. So, ähm, wir brauchen ja auch noch Stein, Ziegel, ne? Stein, Ziegel, Cleanstone und, äh, am besten auch noch Glostone, wa, Blazy? Stein, Ziegel hab ich dabei, zwei Stacks, zwei, glaube ich. Okay, dann nehme ich da noch ein paar Stacks mit. Zack, äh, Cleanstone dürften wir eigentlich auch genügend haben. Wieso sind hier Stein, Ziegel in der Cleanstone-Kiste und warum sind hier Treppen in der Cleanstone-Kiste und warum ist die Cobblestone in der Cleanstone-Kiste? Wer hat hier nicht aufgeräumt? Mann, ey! Janik. Janik! Der ist schon wieder am Destiny-Zocken hier. Lad ihn mal ein hier. Ja, ich hab ihn schneiden gelernt vorhin, aber er wird eh nicht drauf reagieren. Mhmmm. Da schien wir so lange eine bis ein, die so angewittelt ist. Das hört euch. Richtig. Schickt ihm mal einladen. Mach mal zu dir auf euch. So, jetzt brauchen wir Cleanstone. Schaufel, 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 schaufel könnte ich gebrauchen vielleicht. Wir brauchen eine automatische, äh, Dammelmaschine hier. Soziomaschine. Ja, dann muss ich das nicht machen. Viel Spaß. Das geht, ha? Das hab ich auch schon gesehen. Jolol. Ja, mir geht's auch gut. Danke. Ich wollte das mal ausprobiert haben, das hat aber nicht ganz hingehauen, ey. Aber ich hab natürlich nach 10 Minuten keinen Bock mehr und, äh, ja. Ich weiß, wie man sie baut, das ist kein Problem eigentlich. Ich muss ja bloß, äh, Kreislauf aufstellen, außerhalb der Trifthorn, dann stellst du die Kisten auf und auf jedem Platz razieren. Ich hab grad mal Redstone. Von der Redstone. Nee, Alter. Ich weiß nicht so allgemein, sondern schwer. Und dann kann ja bloß das rein, was schon da drin gesteckt worden ist. Und der Rest wandert dann halt weiter im Kreislauf. Echt? Ja. Ja. Das ist nur eine riesengroße Anlage so, ne, die du bauen musst da mit vier, mit Redstone und so. Brauchst vier Platz. Im Haus unterzubringen ist ein bisschen schwierig, da musst du halt schon irgendwie einen Berg reinbauen oder so, oder unterirdisch. Ja, aber warum, warum geht da nicht einfach alles rein, wenn du nur ein Stack drin hast? Nee, nee. Du tust ja jeden Platz in der Kiste einem und demselben Objekt aufklein, sag mal. Ach so. Du hebst immer eine Erde ab und machst das auf jeden Platz von da. Ja. Ja. Okay. Ja. Alles klar, jo lol. Hau rein. Schön, dass du reingeschaut hast. Ähm, so. Ist halt ein Haufen Arbeit. Das ist das Problem. Richtig, aber sehr praktisch halt, ne. Aber dann hätte unser Lagerhaus dann ausgedient. Weil das kannst du ja nicht da umbauen, sozusagen. Man könnte es halt oben machen. Man könnte es halt oben machen und sag ich mal schon distanziert machen. Auf der Seite kommen halt Baumaterialien und auf der Angeleite Lebensmittel und werden Spaß. Ja. Ja. Und schon distanziert. Lass uns das mal hier so hinbauen. Lass uns das mal hier so hinbauen. Ja.